... der albanischen Befreiungsarmee. Kein serbischer Polizist, keine Soldaten. Solche Zonen sind reichlich im Kosovo. Und sowas packt man nicht mit nur ein paar Befreiungskämpfern. Das da wird von den Kosovo-Menschen getragen. Wir sind in unserem Land und werden es verteidigen. Wir werden bis zum Ende kämpfen, wo sonst sollen wir denn hin? Diese Kämpfer da kriegen im Kosovo politisches Format, Adem Demaci, 62, Kommunist-Dissident, 20 Jahre Tito-Gefängnis. Ich habe der Befreiungsarmee angeboten, sie politisch, öffentlich zu vertreten. Das Ziel ist nicht die Autonomie, sondern eine Konföderation mit Jugoslawien. Europa muss wissen, dass alles andere eine Illusion ist. Die Befreiungsarmee ist entschlossen, dafür zu kämpfen und zu töten. Demaci ist ein kalter Rechner, jahrelanger Terror oder ein unabhängiges Kosovo. Und in Belgrad begrüße ich Friedhelm Brebeck. Letzte Woche hatten wir ein paar Schwierigkeiten, aber ich glaube, jetzt sind wir dicht beieinander. Friedhelm Brebeck, das war ja ein ungewöhnlich aufschlussreicher Film, den Sie uns da eingespielt haben. Da meldet sich also jemand zu Wort, von dem wir hier noch nichts gehört haben bisher. Was oder wen hat er hinter sich? Der Mann ist seriös. Er hatte eine seriöse politische Vergangenheit, auch wenn er Kommunist war. Und die Jugend läuft ihm nach. Er gilt als Militant. Und er hat ganz offensichtlich direkte Verbindungen zur Befreiungs-AB. Was kann man denn von ihm erwarten, dass Frieden möglicherweise einkehren wird, sodass die Lage sich noch verschärft? Von ihm kann man erwarten, dass er das Ziel durchsetzt, das die Befreiungsarmee will. Nämlich nicht irgendeine Autonomie, die wieder restauriert wird wie 1989, sondern eine Unabhängigkeit, möglichst eine Konföderation, das habe ich gesagt. Und das bedeutet, schon heute hat Serbien Kosovo verloren. Das muss man so sehen, welche Form staatliche und politische sich auf dem Weg dann entwickelt. Das ist eine andere Sache. Am Ende muss jedenfalls stehen, so will es die Befreiungsarmee. Und so wird das auch irgendwann sein. In ein, fünf oder sechs Jahren, irgendwann steht da ein Kosovo-Staat. Und mit dem muss man umgehen. Und das muss auch Europa, das muss Amerika lernen mit der Politik. Und wenn Sie jetzt sagen, das wird irgendwann sein, steht da zwischen jetzt und dem irgendwann noch ein Krieg? Das kommt auch darauf an, was Milosevic macht. Und natürlich auch auf die europäische, amerikanische Politik. Denn Sie müssen diesen Weg begleiten. Sie klammern sich noch an eine Autonomie. Das ist alles eine Durchgangsstation. Das Ziel ist ein anderes. Und das Ziel muss man zunächst mal respektieren. Den Weg dahin muss man begleiten. Dann kann man den Weg auch steuern.